Was mir aber aufgefallen ist, es gibt voll selten Platten und so. Ja, stimmt. Ich finde allgemein, aber ich finde eigentlich ganz gut, dass hier... Aber das Kürze gibt es heute allgemein wenig. Ja, wir hatten noch nicht viel Regen. Jetzt wird keiner sich gleich hinlegen. Ja, wäre geil. Boah, also dann wird ein Monitor dann gelogen. Zeig. Ich hoffe es so. Ja, bei Viva war es viel. Boah, Alter, jetzt. Jetzt wird hier überhaupt wirklich auf die Tappensiecke fahren, ne? Dann muss man kurz gucken, was da vorne so gefährlich ist. Kaar nix. Ihr könnt alle warten bei mir. Acht Minuten kriegt er. Der Beste ist acht Minuten. Terrence ist noch bei sieben Minuten, aber der ist halt in der Gesamtwertung eigentlich nicht gefährlich. Nein. De Plus und Paulus. Also, der Team um Ghana wird nicht nervig. Vor allem, weil wir kein Sprinter dabei haben. Ja. Würde ich einen anderen Kräfter? Ist Landa in der Flucht? Er versucht zu überbrücken über den Berg. Der war aber gerade noch nicht dritten. Okay, dann ist jetzt der Kampf eröffnet. Ja, dann schon eher. Obwohl der schon ein bisschen Zeit hat. Landa ist der verhungert gerade. Also der ist kein Problem. Ja, warte mal ab. Der hat vorne zwei Leute, die er abstellen kann für den. Ja, dann lassen wir das mal machen. Dann kann man mal was passieren. Und Remco hat minus zwei Tagesform. Wenn das stimmt, dann... Aber wenn das stimmt, dann tut Remco mir heute, glaube ich, ein bisschen leid. Ah, der kommt jetzt drüber. Was ist denn hier für ein Tempo? Ja, verstehe ich aber auch wieder nicht. Ich habe Position halten 80 gemacht. Ich habe gedacht, das reicht locker. Also Froome ist bei mir schon tot. Ich bin gerade kurz auch hin. Natürlich. Froome ist K.O. Also der hat nichts mehr. Ja, aber kein Rot mehr. Gar nichts. Der hat keine Rot mehr. Wirklich jetzt. Ich möchte nur mal anmerken, dass Bilbao, der gesamte Neunte, auch schon einiges Rückstand hat. Der ist hinten rausgefallen. Aber der kommt vielleicht wieder rein. Angreifen. Angreifen. Tempo. Das habe ich nicht gesagt. Er hat gesagt, der ist hinten rausgefallen. Ja, ich habe gesagt. Magliarosa sagt, hey, Pum! Hast du denn Screenshots gemacht von deinem schönen Trikot? Ja, habe ich. Natürlich. Weißt du, wie ich mich auf Pummi freue, wenn der morgen die Dings präsentiert? Ich habe leider bei Skalimos das nicht gemacht. Ey, Pummi, kannst du bitte, wenn du die machst, auch so nur für die Videokonien... Das ist das Thema, wo die macht. Achso, du meinst die Punkte. Ich dachte, du meinst die Zeitung. Ich glaube nicht, aber die Zeitung wird jetzt... Ja, wird schwierig die Woche. Wird der Sonntag nicht erst erscheinen. Ja, muss auch. Dann muss ich die Woche, Alter. Aber warum fahrt ihr denn so kaputt? Sonntag wird die kommen. Ich fahr mal für einen Freund. Sag mal so, wenn man Remco hier cracken könnte, wäre schon geil. Ich versuch's ja, wenn du misst. Also, die Etappe ist meiner Erfahrung noch viel heptiger, als sie aussieht. Ein im PCM halt. Also, vor allem... Das ist aber auch, weil ihr so fahrt, wie ihr fahrt, ne? Ja, natürlich so hart gefahren, dass halt die Hälfte auch schon wieder wegstirbt. Ja. Also, mir stehen mir schon wieder gerade alle weg. Ja, also, mein Fung, der dreht am Rad. Hat ein geiler Wortwitz, Alter. Der Fung dreht am Rad. Jein. Ich finde es echt erschreckend, wie stark mein Sprinter ist und welches zu meinen Bergfahrern. Also, ich finde Bergfahrer... Ja, weil der Hügel-Wert... Das ist irgendwie der Hügel-Wert jetzt. Ja, und die Ebene fährt ja auch leider noch mit. Aber ich habe ja... Mein Bergfahrer hat Hügel 75. Und mein Sprinter hat 73 mit seinen Trotzformen. Also, verstehe ich, warum mein Sprinter besser... Um welche Fahrer geht's denn? Ja, um Martinez und Molano. Das habe ich aber bei mir auch mit... Marijn van den Berg und zum Beispiel hier Segnis und... Sonnenberg ist meistens auch immer nur vorne mit dabei. So krass. Er hat nur 65 Ebene da in Martinez. Aber guck dir mal das Profil an. Wo hat der denn die Ebene? Sorry, dann habe ich auch was drauf gekackt. Ja, aber so bei... Ich glaube, bei 2-3% Steigung ist die Ebene schon relevant. Ja, ja, ist sie, ist sie. Nee, ist ziemlich programmiert. Also, ich will nur... Gut, klar, da ist jemand nach vorne, ja. Njadz hat Paris Nils 5 Minuten verloren durch eine Kurve. Also, dass das Spiel schlecht programmiert ist, wissen wir. Was? Super programmiert. Sag nix. Hast du gut programmiert wie Counter-Strike? Es wird keine Kritik am Spiel geäußert hier. Counter-Strike ist relativ gut programmiert. Doch, absolut wird die geäußert. Counter-Strike ist das beste Spiel, wenn es in den letzten 20 Jahren rauskam. Ja, neben GTA. Ja, aber GTA braucht es lange. Ja, aber gut, GTA hat sich jetzt lange gehalten, ne? Also, es war halt lange ein Hype. Ja, aber das ist aber schon mindestens zwei Jahre zeitig für ein neues. Ja. Mindestens zwei Jahre. Aber ich finde es ja gut, dass sie wenigstens Zeit lassen, ein vernünftiges Spiel rauszubringen. Nicht so wie alle anderen Publisher, die... Ah, EA, ah, wir bringen Battlefield raus. Ja, Bugs ohne Ende. Aber ich hoffe... Ja, für Bugs steht eigentlich EA. Ja, aber... EA-Bugs. Also, Roxas hat halt nur Wendet Redemption und GTA und... Pass auf, ey. EA kauft bei dir ProCycle-Manager auf, dann gibt's hier noch mehr Bugs. Boah, aber dann haben wir wenigstens endlich ein Pay-to-Win-Spiel. Dann kann ich auch mal eine Etappe gewinnen. Genau, haben wir endlich Fahrer-Packs. Ah, geil, ey. Wenn wir dann die Multiplayer-Karriere spielen, wer am meisten Pack-Surf wird gewinnt. Ultimate Team. Ultimate. Aber wenn der O'Connor Tag sein soll, guck dir doch mal an, der gelbe Balken von ihm zu Molano. Das ist doch lächerlich. Weiß aber auch nicht, was du dann da gemacht hast. Ah, dann musst du irgendwas komisch gemacht haben. Ich bin Punkt gefahren mit O'Connor, weil ich rankommen musste. Ja gut, wenn du reinkommen musstest. Ja gut, aber das sagt doch schnell, dass wenn du irgendwo mal zu fahren. Ja, aber da hat O'Connor... Ich fahre nicht aus dem Zelt raus, ich fahre nur hinten. Da hat O'Connor mal einen Sprint eingelegt, würdest du... Wann hole ich Wasser? Ich schaff Wassergold jetzt in den Berg runter, da. Alter, was fahrt ihr denn hier schon mal für ein Tempo-Umfeld? Er wird in den Pool, der muss gequackt werden wahrscheinlich. Aber jetzt muss ich... Mulano fährt alleine mit deiner Maschine und Connor muss ich mitfahren. Weil der, wenn ich hinten rausfallen würde, angeblich. Ich will nur sagen, denn Castrovero und Maduas werden so nicht ankommen, ne? Mit dem Tempo. Das ist halt schwierig. Das ist jetzt gerade wirklich krasses Tempo, Alter. Und verstehen tut man es nicht. Na, ich kann das schon verstehen, dass hierbei jemand probiert, wenn er mit dem Pool eine Minus 2 hat. Ja, aber gut, hätte er es euch nicht gesagt, hätten die jetzt alle hier mit normalen 70 hochgegeben. Genau, wir wissen es halt. Das dankt ihr schon, dass wir es wissen. Das wäre jetzt natürlich, wenn er eine Plus 3 hätte. Und alles sich auch so komplett sinnlos verausgabt hätten. Geil, wenn er jetzt eine Plus 3 hat, ne? Boah. Ich bin jetzt ein bisschen verraschend. Ey, Paul, wenn du jetzt eine Plus 3 hast, ich ziehe dich jeden Berg der Giro hoch. Jeden. Aus Respekt. Aus Respekt. Dann holst du heute 5 Minuten auf alle, die jetzt Tempo machen. Und Regis, mach keine Faxen. Bei mir ist es halt auch komplett vorbei, weil bei mir alle Minus sind. So, Slewien. Ja. Lass durchziehen. Zwei Team sind vorne, wir können zusammenarbeiten. Ich weiß, aber ich habe halt nicht mehr viel dabei. Ja gut, dann gucken wir mal, dass wir mal über den Berg kommen und schauen, wie dann die Lage ist. Ich kann geben, was ich habe, aber mehr habe ich nicht. Ja, hast du schon. So ändern sich die Allianzen. Es läuft sowieso wieder zusammen, aber... Ja, ist zusammen. Aber war eine kurze Gelegenheit. Da kam hinten nicht mal Panik auf. Das wird keine Sprinter-Etappe, ich sag's euch. Nein, das... Ich würde es den ausreißern können, aber leider... Es gibt keine Ausreise. Also nicht richtig. Ich bin halt immer so eher Team-Ausreiser, aber heute wird es schwer. Nee, ich habe sie darauf gegeben, das ist der Wahnsinn. Die Etappe ist brutal, ich sag's euch, die ist brutal. Aber ich verliere jetzt meinen ersten Wara bei Fumis-Kau. Aber ich muss mal sagen... Du hattest schon vor 30 Kilometern. Ja, aber jetzt fliegt er wirklich hinten raus. Ja, jetzt... Als man ernsthaft, einfach, dann hätte man auch mal eine Ausrestergruppe gewinnen lassen. Du musst aber denken, Fumis ist halt ein geiler Abfahrer. Ja, ne, der hat halt immer jedes Mal jetzt in der Abfahrt... Nein, nicht auf der Etappe. Oben wird halt wahrscheinlich... Also zwei Minuten holt der Locker auf der Abfahrt wieder rein. Aber Kreuzweig steht mir jetzt gerade weg. Das ist mein dritter GC-Fahrer, das ist schlecht. Ich glaube, dass heute... Ich glaube, dass heute Leute hier einbüßen. Ja, die trifft dann doch brutal. Das wird nicht mal... Das wird nicht mal... Das wird nicht mal ein Sprint, weil die Sprint-Haube alle tot sein durften. Ja, aber Greg ist jetzt halt wütend, weil Freire nicht mehr dabei ist. Der rastet richtig aus. Ja, aber ich finde es auch valid, dass er jetzt einfach was probiert. Pumi macht aber auch mit mit Nelson Paulus. Pumi dreht auch komplett durch. Der sieht das Bergtrikot jetzt kommen. Ja, natürlich. Zumal die ärgste Konkurrenz in Form von Zimmermann aktuell weg ist. Ja, ja, absolut. Du machst alles richtig. Aber wenn du halt jetzt über den Zweierberg hier drüber kommst und du verlierst keine Zeit, dann wirst du halt heute nicht viel verlieren. Du musst halt jetzt nur über den Berg hier drüber kommen. Ein schönes Kopetto hinten. Ich muss aber auch sagen... Kopetto ist einfach fast jeder. Lange Räder kostet, mein Team ist nicht mehr existent. Ja, Remco hat es leider geschafft. Was sehr traurig ist. Ich muss sagen, Gunner hat es geschafft. Der Sprintet sogar noch. Hätte ich auch können, aber das bringt mir nicht. Ein Guss, 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 ein Guss. Das kann nicht schwer gewesen sein, wenn kein anderer drin ist. Das war schon... 15 Leute sind noch vorne, ja. Also wenn ein Gann hat... Ja, aber das ist halt auch ein Berg, der Gann hat liegt, du weißt. Hügel, immer wieder schnell, die immer wieder geflacht, also... Aber ich muss ja... Ich will ja ehrlich sein, ein Gann war aber... Wäre nur ein Kilometer länger gegangen, wenn wir ein Gann haben... Ja, da wären alle tot. Da wären alle wahrscheinlich tot gewesen. Man muss aber ehrlich sein. 15 Leute noch, ist halt schon echt eine Ansage. Ja, das Problem ist, jetzt wird keiner fahren wahrscheinlich, und dann ist das Ding eh durch. Ey, was ist denn das jetzt? Ich wusste es, dass Krex es probiert. Der hat so Bock auf der ETA. Ich wusste, dass die diese Kuppel drüber... Aber wenn du halt keine Fahrer jetzt mehr hast, dann musst du... Es ist leid, wenn dein Fahrer ist hinten rausgefallen, ne? Ja, ich weiß, aber ich habe Wasser geholt, also sorry. Das ist jetzt einfach so. Ja, im falschen Moment, Wasser holen ist halt auch... Das ist so eine dumme Mechanik. Ich bin halt gerade beim Wasserholen auch hinten rausgefallen. Ja. Deswegen habe ich gar kein Wasser geholt. Dort war so... Jetzt nicht. So, Jates holt Wasser, weil Garner ist aktuell Kapitän. Läuft alles wieder zusammen. Das ist krass, dass Jates jetzt mein Arbeiter ist. Für Garner. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Garner, die klare Nummer 1. Das ist halt so erschreckend. Mit meinem Conner... Sorry, plus 3 kannst du in den Arsch schieben. Bist du noch drin? Nein, ich bin A5. Aber wie... Ja, okay. Da kracht's. Aber ich habe zum Beispiel... Ich habe auch nur noch Garner und Helds. Also bei mir ist auch alles weg. Aber du hast halt deine Lieder drüber bekommen. Ist ja entscheidend. Ja, die zwei Lieder sind drüber. Ja, und das langt ja auch. Also mehr muss ja nicht. Mehr muss ja nicht als die Lieder. Lass mal sehen. Ist jetzt hier irgendwas im Gesamtklass mal vorne drin, was theoretisch besser als ich platziert ist? Wo ich jetzt mal Zeit gut machen könnte? Der Hinweg könnte man mitmachen. Aber der hat nicht mal einen Helfer in der Nähe. Ja, geht immer so weiter. Von A ist auch gut. Muss ich dem dann. Ja, das ist die gleiche Begründung wie bei... Bei Garner. Ja. Ey, Thomas, hör mich doch auf zu blocken! Ach, Thomas, ey. Warum holt denn Jay Hindley zum Beispiel nicht aus der Vordergruppe einen nach hinten? Warum soll der? Weil Jay Hindley jetzt ein Lutscher ist und sich von meinem Team nach vorne ziehen lässt. Alles richtig gemacht. Äh, finde ich. Remco ist isoliert. Ist eben fast gefühlt, jeder zweite ist hier vorne isoliert. Korrekt. Naja, es sind aber drei Zweierteams. Boah, was krass, wie auf Date habe ich das Feld zerflogen ist. Das ist echt heftig. Wichtig ist, dass der Ding hart da hinten raus ist. Das ist so... Ja, aber das ist doch scheiße, ey. Ich hab Wasser. Ach so, mein Gott, ey. Weil das wegen Wasser holen? Ja, okay. Dann ist es nicht wichtig. Okay, dann nehme ich das zurück. Ja, das ist doch scheiße. Ich verliere den gesamten Jiro jetzt wegen dem fucking Wasser holen, Alter. Ah, okay, gut. Ich bin weg. Ich hole mir was zu trinken. Das Ding ist gelaufen für mich. Ich nehme aber meine Aussage zurück, weil... Und ich dachte, das wäre... Ja, gut, aber ich meine halt, auf der Kuppe Wasser holen ist halt auch gefährlich. Ah, theoretisch schon, ja. Also vor allem, weil da ja nochmal eine Gegensteigung kam. Genau, das meine ich halt mit der Kuppe. Also sonst kannst du ja... Also Abfahrt normalen ist ja kein Problem. Ja, vor allem, wenn du überall allein fährst, ist ja gar kein Problem, mit Abfahrt zu trinken. So, und weißt du... Ich freue mich immer so richtig über die Etappe. Warum? Ja, ich bin mit drei Leuten vorne und ich fand die ganze Tube lang einfach scheiße für mich, weil ich keine Zeit vorher habe. Und dann bin ich auch dafür, dass du jetzt mal ein bisschen Tempo machst. Mach ich doch gerade. Muss er ja auch. Ja, jetzt holt er sich Zeit raus. Bis auf die anderen Elf, die hier drin sind. Wer ist denn alles hinten? Karapaz ist hinten, Tau ist hinten. Sag mal, was von den ersten zehn ist da? Der erste ist da, der achte ist da, der siebte ist da. Ja, aber eigentlich die... Also außer Tau sind eigentlich alle wichtigen Leute vorne. Warum fährt denn jetzt keiner immer noch nicht? Welcher Gruppe ist denn Tau? Der ist zwei Minuten dahinter. Der lässt sich mehr beschützen, als dass er irgendwann Tempo gibt. Sorry. Aber ich habe halt keine Klassmordle da vorne. Also die sind alle nicht vorne. Ja, ich muss aber auch sagen, Levi, du hast noch zwei Fahrer. Mit den zwei Fahrern kannst du ja durchkloppen. Ben muss halt eigentlich... Also Arschen. Leute. Ich habe hinten gerade zwei Minuten noch angefahren. Was ist? Was ist? Ich glaube, von den Top Ten sind aktuell nur sechs vorne. Kann da eigentlich nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Na ja, zwei fahren zu zweit dahinter. Ich frage mich halt, was Ben für ein Ziel nennt? Der könnte halt eigentlich auch nachfahren, außer der Skagerbuck. Ja, ich finde mal hier, Brian, du könntest mit Gana mal. Ein bisschen mithelfen, finde ich. Ne. Ja, das ist doch deine Chance, jetzt deinen Platz zu sichern. Auf alle Leute, die dich später am Berg überholen. Ne. Ja, das tatschen. Einfach ne. Also. Er hat zwar recht, aber einfach nein. Ja. Das ist seine Chance. Er könnte sich jetzt im GC komplett festigen. Komplett. Ja, aber ich mache das auch gerade so. Mein Ziel ist Top Ten mit zwei Waren und das passiert gerade. Ja, aber du machst doch viel wahrscheinlicher. Also man kann sogar Top Sieben mit zwei Fahrern machen, wenn du jetzt fährst. Auch nicht. Top Ten reicht. Naja, gut. Dann wird die Gesamtwettung so oder so gewinnen. Äh, der war gut. Naja. Das Problem ist halt, ich weiß, wenn ich jetzt Tempo mache, dann fliege ich beim hinteren Berg raus und da ziehe ich nicht ein. Was ist denn für einen Berg? Es gibt keinen Berg. Das ist ein Hügel. Ja, komm. Die fünf Meter. Du musst bedenken, meine beiden Fahrer sind ein bisschen müde. Remco hat so viel Ebene, das gibt es nicht. Ihr fahrt Remco nicht in der Ebene kaputt. Ja, zwei gegen eins halt vielleicht schon, aber. Ich finde es krass, wie wir die Gruppe auch nochmal zerlegt haben. Ja, also Landa und Ahrensmann sind in der Giflung, wo ich gesehen und halt in Sanne. Habe es mir gedacht. Hat Remco eskortiert, ich kann das nicht. Naja, die anderen werden halt auch keine Zeit verlieren, zumindest. Einfach mal Remco fahren lassen. Kannst du immer noch einen drüber bügeln. Aber ich glaube, ein Meter gewinnt das. Ja, der gewinnt es auch. Das ist der, der am meisten rumholt, der gewinnt das jetzt. Das ist ja immer mit dem Obermeißen gearbeitet hat, gewinnt das jetzt. Ich wollte gerade sagen, der hat am meisten getan. Das sind wir am meisten rumholt. Bei mir, die Leute müssen wir so gut gemacht haben. Ähm, Slevin. Ja. Bei dir fliegen gleich vier Leute aus der Karenzzeit, wenn du dich nicht ranhältst. Ja, mei, ist halt dann so. Ich wollte es nur sagen. Das Chilo ist für mich eh durch. Was soll ich jetzt morgen? Ja, aber das Gruppetto, das da hinten unterwegs ist, da muss man eigentlich nur die Gassen. Oh, jetzt geben die auf einmal alle Gassen. Ja, aber es geht doch nur geradeaus. Wo wollen wir denn hier fünf Minuten verlieren? Wir sind doch vorne nicht schnell gewesen. Ist alles gut. Vollgas gegeben zum Schluss? Immerhin nochmal wichtige Punkte jetzt geholt. Okay. Ja, ich verliere meinen Anfahrer. Ich glaube, ich verliere knapp. Ich verliere fast fünf Leute. Ich verliere fast fünf Leute. Masnada fällt raus. Ach, er läuft, er wird richtig spannend. Ach, du Scheiße. Masnada, Welsford, das ist schade. Hallo, schaffst du noch ein? Ach, du Scheiße. Tilo ist auch raus. Tilo hat's geschafft. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Krass. Cool. Oh, das ist scheiße Toppe, ey. Das ist stark, ey. Wir haben immerhin Reppen kommen, aber wir sind Zeit abgeknüpft. Ja, aber du. Ja, hätte er einmal mitgemacht. Ich hab viel probiert. Mit Wortwürdig ist, kann ich halt in der Ebene so erzählen. Alter, ich raffe nicht, wieso ihr alle mit dem Schwabenländer zusammenarbeitet. Er wird mit Almeida easy den Giro gewinnen am Ende. Ich sag's euch. Das ist doch genau die Thematik, die wir haben. Ich bin Fünfter mit einer Minute 57. Ja, ja, warte mal ab. Du wirst easy. Du, ich verwette meinen Arsch, dass du easy diesen Giro gewinnst. Und am Ende haben die mich genau auf dieser Etappe dorthin kutschiert. Das ist die Aussage, die ich treffe. Und das können wir am Ende dann gerne nochmal diskutieren. Das wird aber jetzt genau der Fall sein. Ich hab doch auf der Etappe über 20 Sekunden auf Remco geholt. Und sonst nur auf dich. Und auf mich auch. Ja. Sorry, Jungs. Ich vergesse dir das. Ist doch wurscht, Leute. Es kann jeder spielen, wer will. Ich sag meine Meinung und fertig. Das macht vor allem von Art davon. Ja, aber aus Radio-Stack-Dick-Sicht würde jeder fahren. Ich seh's definitiv nicht so, dass jeder fahren würde. Um Gottes Willen, ich wär nicht gefreut. Also, Waut, ich sag dir so, wie es ist. Ich lass dir schee. Wenn einer einfach die ganze Zeit gewinnt, dann lass ich den fahren. Oder ich sag, fick dich. Ganz einfach. Das kann man mit 31 auch noch. Man ist nicht zu alt zum Feuern. Der will die Sprintwerte. Kommt eigentlich die Flucht durch? Ich hoffe. Ist Fanat noch drin? Nee, Fanat ist nicht drin. Ich hab mich mit 1 zurückfallen lassen. Ich hätte heute 10 Millionen gegönnt. Mit jeder Thomas-Empfehl. Holen können einfach einfach fahren. Also, ich würde mich noch freuen, wenn man eine Gruppe gewinnen würde. Ja, ich auch. Okay. Vorne und rechts war so ein halber Gruppensin. Vorne und rechts war so ein halber Gruppensin. Ja, Paulus. Oder? Nee. Ja, aber jetzt wird am Berg schon wieder gut gefahren hier. Ah, ja. Jetzt wird wieder am Berg wieder komplett. Jetzt denken alle, die können am Berg wieder die ganze GC-Fahrer abhängen. Deswegen wird wieder gefahren, wie das was ist. Siehst du, das geht jetzt schon wieder runter. Auch umfassbar. Komme ich direkt nach vorne wieder, wenn wir wieder zu riskant da hinten zu hängen. Ja. Mitte vom Feld ist auch schon kritisch. Position 15 oder so ist da ganz gut. Ich war halt die ganze Zeit vorne im ersten Drittel. Also, es ist mir scheiße, wenn ich mehr Energie verliere. Ich habe die Position. Und fliege einfach nicht hinten raus. Ich drücke halt immer in die Mitte Position halten. Aber man fällt dann doch irgendwie ganz gerne mal ein bisschen zurück. Bei dem Jelts kommt auch nach vorne. Ja, ja. Muss halt, ne? Muss. Kann ich es leider nicht aussuchen. Oh, ich glaube, Paulus wollte aktivieren und wurde komplett einmal weggeblockt. Trittst du auch mal an, du Lappen? Du musst den Pfeil da unten hochstellen. Das macht keinen so großen Unterschied. Doch, im Andrit schon. Mhm. Am Ende wird es jetzt hier wieder eine GC-Etappe. Ich hoffe es. Ich hoffe nicht. Nein, nein. Unterschätzt das nicht. Wenn einer eine GC-Etappe draus machen will, schafft er das auf der Etappe. Das ist halt die Sache. Also, wenn jetzt gleich einer einen GC-Fahrer oder zwei, drei hinten raus wollen, dann siehst du wieder, wie schnell das geht. Wer fährt denn jetzt sofort? Alter, Leute, Mann. Hört doch mal auf hier. Radioaktiv. Sag mal, was macht denn das ja? Dreifach zugeschafft. Ich bin zwar mit vielen Leuten vorne, aber es ist alles Position halten. Aber da wird jetzt auch aus Frust da vorne gefahren. Also, nicht von dir, aber von den Links. Also, wie gesagt, bei mir ist alles Position halten, wenn dann. Ja, na gut. Ich bin echt gespannt, wie tot wir alle am Ende von der Rundfahrt sind. Weil wir fahren so krass, ich glaube, das wird man am Ende brutal spüren. Der grüne Balken wird auf der letzten Etappe schon in der Mitte sein, wenn sie losgeht. Ja, gefühlt. Das ist der Vorteil, dass es da noch eine Sprint-Etappe ist. Ich bin froh, dass Almeda 77 Regeneration hat. Wo ist denn dein gründer Balken jetzt so? Jetzt zwischen Flasche und Beschützen. Ja, bei mir auch mit Jets und Gönner. Ja. Ja, Tito. Ja, da ist wahrscheinlich jetzt jeder im Moment. Von Art schießt es ja. Also, Fum ist... Von Art schießt es ja nicht. Von Art hätte noch ein bisschen mehr. Das ist so unnormal, krass. Mein Sprinter ist genauso stark wie O'Connor. Bei mir ist aber auch KDF-Juen stärker als von Wilder. Ey, das ist unnormal. Das Spiel ist kaputt. Ja, aber beschützt du deinen Sprinter? Also, ich beschütze den auch. Ja, ich schätze beide natürlich. Okay. Ja, nee, das hätte ja sein können, dass du... Ja, okay, nee, das gibt keinen Sinn. Ich habe nichts gesagt, das ist gut. Okay, das ist aber... Ich wollte gerade sagen, es kann ja sein, dass O'Connor gerade jemanden beschützt. Also, ich habe kurzzeitig gedacht, hier kommt eine Flucht durch. Es wird nicht so gut. Ja, aber jetzt schauen wir mal, ob noch überhaupt jemanden haben zu stehen. Es waren sechs Minuten. Wer ist denn hier nachgefahren? Ja, das wurde halt am Berg. O'Connor ist nachgefahren. Ja, die Flucht kommt nicht durch, weil Pumi auch nicht will. Der wollte hier allein die Bergpunkte holen. Aber warte, Pumi ist doch auch gerade mit meinem Team hier rausgefahren. Oder ist er wieder drin? Ja. Nee, also fünf Stück von ihm sind hinten raus. Dacke hier raus. Ja, okay. Sag mal, Zanna, du sagst, sag mal. Zanna übermotiviert. Der will Telebunen nach vorne schicken. Ich wollte gerade sagen, willst du jetzt fahren oder? Willst du jetzt mit Telebunen fahren? Telebunen hat Position halten 50 hier, dass der einfach mal nur hier zurückfällt. Aber das verstehe ich auch nicht, wie das möglich sein kann, dass du mit 50 Positionen da vorne fahren kannst. Da springt er plötzlich los. Ja, bei mir fallen teilweise die Leute nach hinten mit 90. Ja, ich habe am Berg, bin ich mit dem nach vorne gefahren. Ich wollte am Berg vorne positioniert sein, deswegen. Also wie gesagt, ich habe ja auch, ich habe Baupositionen, teilweise mit 90 fallen die Fassenden raus. Nicht von der Kräfte her, sondern von Positionen. Du, nachdem Almeida da vorher raus ist, bin ich am Bergen empfindlich, fahre ich lieber vorne. Ja, ja, ich auch mittlerweile. Also von mir, Gunner und Yates fahren die letzten Berge immer ganz, ganz vorne mit. Also so dritte Reihe oder so. Ich habe da zu viel Angst, dass wir jetzt wieder an der Kurve stehen bleiben. Ich verstehe jetzt irgendwie die Rennsituation nicht, warum wir das jetzt gemacht haben. Ich glaube, da war wieder Hoffnung, dass da eigentlich... Nee, also ich meine, dass wir nachfahren ist ja, also wäre an sich okay, aber warum hat jetzt einer einen Berg so drüber gezogen? Ja, um dann jetzt nichts mehr zu machen. Verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum Bardet jetzt im Flachen wieder zu holzt, wie gestört. Man kennt ihn, Bardet den Flachenfahrer. Muss ich alles verstehen. Ich finde, das wäre doch jetzt mal ideal, um der Flucht was zu gönnen. Ja, also von mir aus kann... Also ich sage mal, dass Magliarosa sagt, Flucht kann willkommen. Die Frage ist, in der Flucht gibt es da Einigkeit? Ich glaube, eher schwierig gerade. Ja, Hendrik ist zu dritt, der fährt halt... Also wir können denen locker 10 Minuten gehen. Ja, das ist halt schwierig, wenn Küng hinten drin hängt. Da müssen wir uns ja eher euch einig werden, ne? Aber der Geile ist, wenn ich weiß auch nicht, warum Küng nicht mitfährt hier. Der ist der beste Ebenefahrer, der könnte so gut bolzen hier vorne. Ja, der bolzt halt mit zwei anderen. Der bolzt halt mit Kast. Nee, der bolzt nur mit einem. Mit einem. Also Küng sitzt nur... Maduar hängt halt auch noch hinten mit drin. Ja gut, der raucht jetzt Castro Viejo auf, dann raucht er Maduar auf und dann wahrscheinlich Küng. Aber ich sage euch da vorne, wie es ist. Es kommen noch zwei Berge, ihr wisst, was hinten passieren wird. Ja, das höre ich gar nicht. Schont eure Fahrer. So eine Relaisstation vorne. Ja, das ist okay. Aber das wird jetzt so passieren. Erster Berg ist wieder nur noch 30 Sekunden. Zweiter Berg seid ihr wieder fünf Minuten dahinter. Ja, erwartend. Ihr kennt die ja. Levien? Ja? Beschützt du eigentlich deinen Kapitän gerade? Ja. Ah, okay. Weil die so nebeneinander gefahren sind. Und dann war, ne? Dann war beschützt du. Ich habe ja nur noch sechs Leute. Drei Leute beschützen, drei Leute. Ah ja, okay. Ich habe zwei Leute beschützen und der Rest rollt. Das ist voll easy zu steuern, wenn du nur noch sechs bist. Ah ne, drei sogar. Ja, das stimmt, das waren nur drei. Ich bin mit acht auch maximal überfordert. Das war eine schöne letzte Etappe, als da früh so fünf Leute bei mir weggefallen sind. Nach dem Berg. Aber klar, so zu tun hast, ja. Mit drei Leuten ist das viel chilliger. Aber wenn du immer deine Schützen lässt, hast du doch nur drei in der Regel. Die anderen zwei holen zwei Flaschen. Ja, also theoretisch, wenn du eine schwierigen Bergetappe hast, hast du ja nach der Hälfte sowieso nur noch vier Fahrer, theoretisch. Ja, wäre gut, wenn ich noch vier hätte. Also ich habe, warte, jetzt aktuell habe ich alle acht noch. Ich auch. Jetzt auch, okay. Ach so, okay. Kurz Angst bekommen. Der gelbe Balken ist wieder bei allen acht voll. Also von das, was geht, oder? Ja. Was ich echt enttäuschend finde, ist mein Calibun. Der hat noch nicht einen einzigen Sprintpunkt geholt. Der war jeden Sprint so schlecht. Das war wirklich Katastrophe, der Calibun. Mein Ganner hat aber auch gerade die erste, auf der ersten Etappe überhaupt Sprintpunkte gewonnen. Ich habe heute gedacht, McCain-Growseite auch. Aber der war in den letzten Sprints, wo er mit vorne dabei war, der war jedes Mal tot. Also er hat eine Regeneration von 65, ne? Also Tim? Ja. Mein Sprint hat auch null Punkte, also von daher. Also ganz kurz, also Paul fährt die ganze Zeit im Viererzug und er ist auch mal vorne, aber er ist halt auch oft in der zweiten Reihe. Also das ist so ein bisschen... Ich verstehe gar nicht, warum man gerade überhaupt fährt. Das ist die andere Frage. Ich frage mich, warum er überhaupt mit Paul, oder überhaupt mit dem Zug fährt, wenn er eine Tempoarbeit machen soll. Kurzfristige Führungsarbeit, oder? Führungsarbeit ist viel besser. Das schickst du dann. Und wenn du mit Vier nachfahren willst, dann drückst du bei Vier auf Führungsarbeit, dann wechseln die sich auch ab. Naja, und die anderen Mitspieler können wir reinfahren. Genau, genau. Also mit dem Zug nachfahren ist wirklich Quatsch. Andere Frage, warum wir vielleicht schon mehr so viel Tempo gefahren, wir sind bei einem Minute 30. Immer durchroute hier saßen, ich meine, weltischer Kreise. Ja, Quickstip meint doch jede Etappe, sie müssen Tempo machen. Aber auch eigentlich andere. Ja, das ist noch zwei Wochen hier. Das stimmt. Man hat doch letzte Etappe schon gesehen. Remco hatte schon keinen Helfer mehr. Ja, aber das war ja schon eine schwere Idee. Ja gut, aber überleg mal, Ganna ist rübergekommen. Gut, klar war auch gut für Ganna, aber... Zum Beispiel Badé ist nicht mit rübergekommen. Ja, wenn der flach an Arbeitet, wundert mich das nicht. Naja, aber Badé hat auch 79 Berg, ne? Ich bin Quickstip, hat nicht mal einen Sprinter? Jaja, deswegen... Aber man muss halt auch denken, auf unseren Sprinter-Etappen sind zufälligerweise in den ersten 10 immer so gefühlt 5 GC-Fahrer. Aber warum? Weil alle denken, sie müssen mit einem GC-Fahrer sprinten. Das Sprinter-Etappe... Also im Real Life siehst du halt nicht auf jeder Sprinter-Etappe einen Roglic oder so nach vorne fahren. Hier muss gefüllt... Also 5 GC-Fahrer immer im Top 10 sein. Bei jeder Sprinter-Etappe gefüllt. Das Tempo nimmt jetzt wieder schön zu. Es ist so heftig, wie immer das Tempo hoch geht. Immer geht's Tempo hoch. Wahnsinn. Also bei dem Leben draus machen. Oh, Berg. Tempo hoch. Zack. Fertig. Und Quick-Step zieht's wieder komplett vorne. Direkt auf die 84 hoch. Ja, und Quick-Step vorne. Alles von vorne macht Quick-Step. Wahnsinn. Ja, das kann. Ja, wie viel das ist vor? Ja, die haben wir wieder. Du, ich kann mir sogar vorstellen, dass das Feld wieder ordentlich sich zerlegt jetzt gleich. Würde mich nicht wundern. Also ich glaube, Rodriguez kriegt da heute nicht gut. Nee. Er würde... Nur bei schlechter Positionierung halt. Nee, disconnect. Zu forschen. Okay, dann halte ich an. Weil das ist jetzt ein wichtiger Spielmoment. Also das kann jetzt hier... Wir sind ja super. Also wir schaffen's ja fast. Da ist das letzte Rennen. Ja. FN5... So, ein Moment. Muss man kurz ja den... Den KI-Scheiß wieder fixen. Sag mal nur bitte Bescheid, wenn wir... Aber ganz kurz, einen Fünferzug darf man nie machen. Aber nicht, wenn man vorne fährt. Nein. Paul... Nur vier. Sind die Regeln eigentlich so kompliziert? Nein, das ist total eingemacht. Jeder, wie er will. Was ist denn nicht einfach? Ich versteh's auch nicht. Er ist auch nicht im E-S-U-N-E-Geschatt, man kann's nicht verstehen, dass wir darüber reden. Ich hab's ihm im Discord geschrieben. Das war auch eine rhetorische Frage, mit was ist nicht einfach. Ja, sieht halt wieder so aus, ne? Es ist ja noch ein Fünferzug, oder? Ja, natürlich ist es ein Fünferzug. Also... Ja, aber es ist... Also ich finde, langsam mal... Sorry, der Fünferzug war immer Maximum. Immer schon. Ja, also langsam... Und das ist schon häufiger vorgekommen. Ich will's nicht sagen. Und auch gleich Paul. Wie gesagt, es ist halt... Also er fährt ja auch immer im Zug, wenn er so in der zweiten Treppe... Er fährt eigentlich fast die ganze Zeit im Zug und hält sich halt vorne auf. Aber er hält sich halt auch nie ganz vorne im Wind auf, also... Aber ist er nicht hier im Chat? Nein, er ist hier auch... Er kann sich ja gar nicht dazu äußern. Ja, aber ich hab's ihm jetzt auf Discord geschrieben. Das ist sowieso... Das ist sowieso eine Mindestvoraussetzung gewesen. Ja, aber am Freitag hat er doch mit uns gezockt, hat er auch mit uns gesprochen. Ja, sorry, da müssen wir irgendwann mal drüber sprechen. Mindestvoraussetzung war, im Voice-Chat aktiv zu sein. So, wer das nicht ist, der wird zur Hälfte der Saison sowieso aussortiert. Ganz einfach. Ja, also wenn man... Die Crack immer erreichbar ist, ist ja okay. Nee, das ist nicht okay. Also der schreibt ja auch immer. Nein, Mindestvoraussetzung war, im Voice-Chat vorhanden zu sein. Und wenn wir die Hälfte der Saison gezockt haben und die Leute waren nicht da, dann wird das Konsequenzen geben. Das ist ja logisch. Wir müssen vorhanden sein. Das kann nicht sein. Wenn die Hälfte nur schreibt, das springt doch nichts. Ganz kurz, Bernard, bist du ready? Warte eine Sekunde. Okay. Ich muss noch die letzten zwei Einstellungen machen. Ja. Weil ich zum Beispiel ein ganz anderes Beispiel, wenn jetzt einer rausfliegt, wie soll der da Bescheid sein, dass er rausflogen? Ja, es geht halt nicht. Wir sind eine Community, die muss funktionieren und die funktioniert, wenn die Leute mitziehen. Und wenn sie nicht mitziehen, dann sind sie raus. Ganz einfach. Okay. Alter, der sprintet da auch hoch. Das gibt's doch nicht. Ah, das ist... Wieso denn? Na, weil es kein... Vielleicht hat er gute Tagesräume, will nochmal ein paar abstellen. Aber... Also, und Rodriguez ist noch was komplett voll, weil er da plus drei... Ja, ist ja auch nur noch ein Kilometer, das schaffen alle hoch. Ja, und der nächste Berg ist auch nicht lang. Da wirst du doch keiner abhängen jetzt. Das ist doch völlig... Du, also sogar Caleb Youn hat's drüber geschafft. Verbratete Mühe. Mit einem 76-Hügel. Ja, das ist auch eine Etappe, die Caleb Youn gewinnen kann. Ganz klar. Ah, ich glaub, da ist schon zu wenig Rot dafür. Tim, mein Sprinter mit einem 73-Berg hat's auch drüber geschafft, also... Ja, ja, easy, also... Ich sicher mit Rodriguez auf so einer Lülli-Etappe hab ich mit Rodriguez plus drei Tagesform. Das ist doch geil. Wer ist jetzt vorne rausgegangen? Mulano. Mulano. Also, die, die Top-10 interessiert sind, sollten wir mal fahren, vielleicht. Warum? Dann beide in die Stunde. Äh, Platz 8 ist raus. Achso, ja, gut. Oh, Platz 8 ist aber... Hä, wo ist denn Platz 8? Hä? Also, ich weiß nicht, was du für Drogen nimmst. Bei mir sind 79 und 77. Hä? Bei mir wurde gerade 8 Minuten angezeigt. Luzenko, Luzenko ist 19. Bei mir ist Luzenko nicht mal... Also, in den letzten zwei ist Mulano und Rochas. Alle ungefährlich. Bei mir wurde gerade bei Rochas... Ah, hinten raus. Ah. Du krasst er meinen. Ja, aber Luzenko und Sivakoff fahren dann hier auf Dings. Nee, also bei mir wurde gerade Rochas 8 Minuten angezeigt. Ich weiß nicht, warum. Achso. Nein, nein, das ist gut. Das stimmt aber nicht. Nee, nee, also die haben beide über eine Stunde. Also von mir aus können die eine halbe Stunde vorfahren. Ich will mal, ob sie es können, ob sie es dürfen. Nein. Die dürfen sie es eh nicht. Den nächsten Berg dürfen die wieder gar nichts. Gar nichts. Ist das eigentlich eine eingestufte Flachetappe? Ähm, ja. Die Mulano drauf ist und wird dann minus eins. Ja. Jetzt gibt es eine Mittelgebirgeetappe. Die Einstufung hat jetzt aber nichts damit zu tun, wie die Fahrer sind. Nein, ich meine bloß wegen Karenz. Ich habe bloß die Fahrer in Karenz Zeit. Aber kann es sein, dass du mit Mulano auch auf den Bergetappen und allgemein nicht auf allen Etappen komplett tief gegangen bist, also dass der mehr Grün hat? Nö. Okay. Weniger Grün als Conor. Weniger Grün als alle anderen Bergfahrer. Ey, Levi, mit deinem Martinez, dann sollen wir uns da mal ein bisschen abwachsen? Ja, können wir machen. Was fährst du? 65. 60. Ja, okay. 60 mal 60. 60. Und in der Gruppe da, wo Sosa drin ist? Ist das auch mitgegangen? Nee, da habe ich keine Kraft. Ja, ich mache so wie auch. 60. 55. Ja, okay. 55, okay, passt. Ah, der hat keine Kraft. Dann fliegen wir hoffentlich nicht beide. Dann fliegen wir beide, oder alle drei nicht raus. Hoffentlich. Aber ich kriege meinen Jets gerade nicht nach vorne platziert. Das ist irgendwie voll komisch. Die fliegt immer wieder hinten raus. Position halten. Ja, dann mach Einsatzfalken, fahr vor und dann kannst du wieder position halten. Ja, das mache ich ja die ganze Zeit. Ja, aber halt auch richtig vor. Ich war vorhin in der zweiten Halb. Ich habe von dem Hurt mehr erwartet für deinen Regulationswirt, den du gefeiert hast. Ob ich jetzt auch mehr erwartet? Ich hätte eher so den Chemda erwartet, also Chemda-Effekt. Chemda? Fährt Chemda eigentlich mit? Ja, ja. Der ist erstaunlich ruhig bisher. Ja. Ja. Vielleicht hat er sich eine Etappe rausgesucht, der Kollege. Van Aert wieder. Der Van Aert holt sich das raus souverän. Also ich muss sagen, Van Aert wurde echt gut eingesetzt. Muss man mal klipp und klar sagen. Ah, das stimmt. Dankeschön. Der kommt, der fährt mit und liefert. Der fällt doch nicht ab dabei, oder? Ich bin so ein Winkel gerade hinten raus. Da sitzt der Strache immer noch ein bisschen tief. Da kommt nix mehr. Ach du Scheiße, wird hier heftig gefahren, ey. Geht zwar gerade den Berg hoch, ne? Ja, also... Ja, wusste man ja, dass das kommt. Das war die Idee. Die anderen beiden Berge war schlimmer. Jetzt geht's eigentlich. Ja, jetzt... Also jetzt... Ne, wie in der Bock. Jetzt ist aber so ein normales Tempo für einen Berg, so für einen Schlussberg. Okay, nee, jetzt doch nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist doch hart. Ja, jetzt fängt's an. Ja, ein bisschen. Wär auch langweilig, wenn nicht. Ist ja keine Ausreisegruppe vorn. Weil wieder keine es geschafft hat. Komm mal rein, zieh! Bitte kommt alle drüber, bitte. Ja, nur ein Fru. Ein Fru muss nicht drüber kommen. Das ist wirklich krass, dass wir keine Ausreise, die nicht ansatzweise durch hatten, ne? Nicht mal so ein Fuentes-Sieg. Wie hieß der? Nee, doch, der von Slaven da. Fuentes war jemand anderes. Ja, ich war nicht weit weg, aber wie hieß denn der? Der der Fuerte? Nee, der der Part oder der La Cruz, ja. Sonst war das mal ein Ausreise, der mit 10 Sekunden Vorschung ankam. Ja, ja, ja. Stimmt. Und Nick Schulz. Na gut, hier geht das für das Gesamt-Sieg. Stimmt, Nick Schulz hat auch mal, ja. Aus eigenem Interesse möchte ich ihn auch nochmal erwähnen. Hä, klar. Hat er sich auch verdient, finde ich. Lander war auch, ist auch kurz raus. Der ist raus. Wird auch, äh, doch wieder reingucken. Hat ein Liebens für einen guten Wert. Gut, hier geht das hinten wieder drin, das ist schön. Ja, das ist ja okay, wenn er hingefallen ist. Der Frum ist rausgefallen. Ja, nee, ja, aber ein Frum. Das war's mit der Gesamtwertung. Also, wenn Frum dein Gegner ist. Jungs, voll Gas. Jungs, bitte, macht jetzt mal Gas da vorne, ey. Der Frum ist raus. Also, jetzt schläfst du halt hin, nein, ne? Jetzt kommt man schon gleich wieder ran. Hat ja auch gerade keiner einen Grund zu fahren. Naja, alle warten, bis die 20 Kilometer mag. Verona probiert's. Ja, Verona hat einen Grund zu fahren. Ja, sein Lander ist ja wieder so. Okay. Da ist einiges gerade stehen geblieben. Ja. Levi hat aber auch Bock. O'Connor? Oha, O'Connor, dem geht's heute echt gut. Da muss er ein Team-Trikot zeigen. Sponsoren. Eben hat noch was vor. Guck mal, der Tamino zum Beispiel. Was macht der da noch drin? Berg 57, Mitteldeburger 61. Lander ist draußen. 71. Gas, Gas, Gas. Lander hat elf Minuten. Der Lander hat auch aufgegeben. Also, der hat's aufgegeben, auch noch irgendwas zu machen. Levi will hier noch den Etappenseku hin, glaube ich. So, jetzt ist die Frage, für wen fahr ich jetzt den Sprint? Mein Sprinter ist fast tot. Ich hab nur noch zwei Fahrer vorne. Ich muss mal die Flaschen holen. Ich hab nur einen verloren. Ich weiß ja nicht, wie ich meine Fahrer verliere hier. Die ganze Zeit. Meine Grenzfahrer sind tot. Du musst welchen Tempo erhöhen im Gruppett, oder? Ja, ich glaub... Nee, elf... Also, ich weiß nicht, wo ist... Ah, okay, A9. Ah, nee. A9 hat 11 Minuten. A10 hat 14. Ja, ich glaub, die wird so bei... Das ist eine relativ lange Etappe, so bei 30, würde ich schätzen. Ja. Wieso sind wir eigentlich vorne so wenig Leute? Ja, weil die Etappe wieder gefahren wurde, als gäbe's kein Morgen. Selbst Kemmer fällt gleich ab. Okay, das ist aber auch fragwürdig. Also, sag mal, so ein Ganader und die jetzt haben noch voll Geld. Ne, ne? Was? Also, von dem, was... Also, nicht bis hinten hin, ne? Also, nur von dem, was sie noch haben können, haben die voll. Du hast ja auch irgendwie mit dem Ausrichter geschlafen. Sorry. Ich hab trainiert, sag ich. Ich fahr halt nicht mehr jedes Tempo mit. Ich fahr halt nur noch mein Tempo. Ja, deswegen bleibst du immer vorne, oder wie? Ja, ich fahr halt mein Tempo einen Berg hoch. Also, ich fahr hier halt fast keine Fahrer mehr. Ja, nur, also, zum Beispiel, ein Jungels und so, die hab ich abgestellt da hin. Damit die sich schon. Ja, gut. Ich hab eher das Problem, vorne wieder dran zu bleiben, wenn ich in der ersten Reihe starte. Das ist so krass. Okay, nevermind. Ich hab keinen Sprint von mir. Hier schon. Okay, sind nur noch drei Kilometer. Gewinn von Art so eindeutig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder? Ja. Kommt da noch. Ja. Ah, Schnee. Und damit haben wir wieder das rosa Trikot zurück. Nein, ey. Aber dann ist gut, weißt du, warum? Doch, kriegt 10 Bonissekunden, hat er. Aber dann ist gut, weil dann muss ich morgen nicht fahren. Äh, also Montag. Nächste Woche. Weil da kommt die schwerste Etappe, also mit die schwerste Etappe. Ach, das ist okay. Machen wir klicks vor, als würde das rosa Trikot irgendwie fahren müssen. Ich wollt grad sagen, ich bin ja trotzdem nicht Favorit. Ich hab jetzt einfach nur übernachtet, sozusagen, oder über Wochen. Mit dem rosa Trikot. Also, ich hab heute einige Punkte gemacht, das ist mein Hauptziel gewesen. Also, Caleb Youn war bei mir eine absolute Enttäuschung heute. Ja, mein Sprinter hat nicht einen Punkt geholt. Ja. Ich hab heute eigentlich die einzige Zeit, die ich mit Yates verloren hab, war beim Zeitfahren. Und das sind 3 Minuten 43. Aber Slevin hatte doch Caleb Youn letztes Jahr auch mal in irgendeinem Team zum Sprinten und der hat da auch nix geholt. Naja, Caleb Youn ist es aber auch nicht. Der ist. Caleb Youn ist es auch nicht. Ja, das Problem ist halt auch, dass ein paar Leute immer mal ein... Export. Ja, ja. Ganz ruhig. Export. Ja, ich frag mich halt, wie die das halt, diese ganze Tour durchstehen. Ich fahr halt... Du dich auch mal vorne gefahren. Bei mir sind alle Spiele tot. Das ist gut. 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 Das ist gut.